Hey! Ich bin's! Ich komm zurück! Hi, Roller! Tank? Alter, wir sind wieder im Geschäft! Na? Ich bin's! Noch eine Rei! Ich bin's! Ich bin's! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Geld ist das Brecheisen der Macht, hat ein kluger Mann einmal gesagt. Und er hatte Recht. Geld ist das, was den Kapitalismus erst so schön macht. Aber was tun, wenn man gerade kein Werkzeug zur Hand hat? Man muss es sich eben leihen. Und wo gibt es das beste Werkzeug? Bei unserem alten Freund, dem Kaukasier. Tank. Hi, Roller. Die Spatzen pfeifen schon von Dächern. Hab schon gewundert, wann er endlich in mein neues Büro kommt. Wir sind wieder im Geschäft. Wie lange ist das? Fünf Jahre her? Was habt ihr gemacht? Ich hab mit den Ladies rumgehangen. Einer nach der anderen, alles Granaten. Ich hab da ein paar Weiber aufgegabelt, Alter. Das war wie im Film. Es gibt aber auch ein paar Bomben. Naja, ich hab mir eine gute Zeit gemacht und Tank war in Afrika. Urlaub. Urlaub ist gut. Ich war auch mit meinem Wohnwagen in der Türkei. All inklusive. Da könnte ich auch aushalten, aber Geschäft ruft. Von nix geht nix. Oder? Wir übernehmen die Szene. Wir haben alles im Griff. Die Strukturen stehen. Man muss dem Kind nur das Schnitzel unter der Nase wegnehmen. Ehrlich, Mann. Boxen ist unser Ding. Keiner ist so gut wie wir. Das wissen alle. Und jetzt kommt das Beste. High Roller und Tank machen ihre eigenen Weltmeister. Und dann ist vorbei mit hier pauschal. Dann heißt's all inclusive. Und wir ziehen das ganz fett auf. Köln, Hamburg, Berlin, München, New York, Los Angeles, die Kante, Las Vegas. Geil! Die Typen warten nur auf uns. Was hat mit mir zu tun? Es geht ums Boxen. Fette Karren, fette Hütten, fette Weiber. Geile Weiber. Wieso? Fette Weiber finde ich okay. Okay, Mann. Besorg ich dir alles, was du willst. Ich besorg dir alles. Wir ziehen das gemeinsam durch. Wir beide und du. Zum Kuchenbacken braucht man Mehl. Eier und Zucker. Und da kommst du ins Spiel. In Ordnung. Ihr bekommt Cash. Bekomme ich Cash zurück. In ein Jahr habe ich mein Geld zurück. Doppelt. Ihr habt dir. Ich sag dir was. In zwei Monaten kannst du die ganze Halle mit deinen Bullys vollstellen. Die nimmst du dann und erfährst du mit der ganzen Flotte nach Antalien. Wiedersehen macht Freude. Was ist denn eigentlich da drin? Das ist das letzte Mal. Das ist klar, dass ich in die Karre steige. Das letzte Mal, Mann. Das ist ja. Ich sag dir die vor. Die van, die hat schon mal dritt. Eine Frau. Ich sag dir das schon mal dritt. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja.